Ich bin Alicia Lehmann, bin 18 Jahre alt, komme aus Tagertschi in Bern und spiele beim BSCI. Ich weise jetzt auf dem Flügel oder im Sturm und meine Stärke ist vor allem die Schnelligkeit. Das A-Nazi-Aufgebot ist sehr überraschend, ich habe nicht damit gerechnet. Darum habe ich mich sehr gefreut, als wir jetzt noch nach Japan geflogen sind. Bis jetzt läuft es sehr gut und ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Bis zum nächsten Mal.